Der Europäische Gerichtshof hat entschieden und die Schufa maßgeblich entmachtet. Der Schufa-Score darf nämlich nicht maßgeblich für die Kreditwürdigkeit sein. Alle Details gibt es jetzt hier in diesem Video. Wir sprechen über die Situation, ist das so ein gutes Urteil oder wird jetzt hier komplettes Chaos antreten und viele Leute keinen Kredit mehr bekommen. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und wir sehen das hier beispielsweise in der Welt in diesem Artikel. Der Schufa-Score darf nicht maßgeblich für Kreditwürdigkeit sein, heißt es hier. Und erst mal so grundlegend. Was ist eigentlich die Schufa, wer da jetzt noch nicht so die Berührungspunkte mit hatte? Da gibt es ja auch welche, die noch nie irgendwie einen Kredit aufgenommen haben, vielleicht auch keine Kreditkarte haben und ähnliches. Die Schufa ist eine private Aufkunft, die dafür zuständig ist, um zu bewerten, wenn der Olli jetzt zum Beispiel zur Bank XY geht oder einen Handyvertrag abschließt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wiederum die Raten, die zu bezahlen sind, auch bezahlen werde? Weil jemand, der mir einen Kredit gibt, der will natürlich auf der anderen Seite irgendwo auch wissen, wie muss ich den denn bewerten? Wird er jetzt diese 50 Euro monatlich für den Handyvertrag wirklich bezahlen? Oder kann er das nach sechs Monaten nicht mehr bezahlen? Wie hat er das denn in der Vergangenheit schon mal gehandhabt? Und wie steht er denn finanziell da? All solche Daten, man weiß es ja nicht ganz genau bis heute, wie dieser Score berechnet wird, hängen aber irgendwie damit zusammen. So zum Beispiel soll es ja auch so sein, wenn du beispielsweise hingehst und hast einen ganz guten Schufa-Score, 98, 99 irgendwas Prozent, wird von 1 im schlechtesten Prozent bis zu 100 Prozent im Bestfall bewertet. Und wenn du jetzt hingehst, eröffnest ein neues Konto, machst vielleicht Online-Lotto irgendwie ein Konto auf und machst deine Verifizierung oder beantragst ein, zwei Kreditkarten, dann kann der Score mal ganz schnell nach unten gehen, wie man immer wieder häufiger im Netz liest. Hängt wohl irgendwie damit zusammen. Wie genau er sich zusammensetzt, wie gerade eben geschildert, man weiß es nicht. Und da lässt sich die Schufa nämlich nicht in die Karten gucken. Und dann heißt es hier in diesem Artikel, der sogenannte Schufa-Score sei als eine grundsätzlich verbotene, Zitat, automatisierte Entscheidung im Einzelfall anzusehen, sofern die Kunden der Schufa ihm eine maßgebliche Rolle im Rahmen der Kreditgewährung beimessen, entschied der Europäische Gerichtshof am Donnerstag in Luxemburg. Zurückzuführen ist dieser Prozess beim EUGH oder EUGH generell auf einen Fall aus Deutschland. In einem, davon hatte eine Person, nämlich hier, deren Kredit verwehrt wurde, die Schufa aufgefordert, diesen Eintrag zu löschen und ihm Zugang zu den Daten gewähren. Die Schufa teilte ihm seinen Score-Wert und allgemeine Informationen zur Berechnung mit, nicht aber die genaue Berechnungsmethode. So, und dann, das hat das Verwaltungsgericht in Wiesbaden, nämlich hier, diesen Fall dem EUGH vorgelegt, um grundsätzlich das Verhältnis zur Datenschutz-Grundverordnung, wie einige von euch kennen, DSGVO, klären zu lassen. Die DSGVO schreibt nämlich vor, dass Entscheidungen, die für Menschen rechtliche Wirkungen entfalten, nicht durch die automatisierte Verbreitung von Daten getroffen werden dürfe. Zu deutsch, dass eine KI wohl dahinter steckt, die diesen Score berechnet, das dürfen sie so nicht machen. Man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, dass, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass das Verarbeiten und vielleicht auch noch das Analysieren der Daten, soweit DSGVO-technisch in Ordnung ist. Das können Juristen besser beurteilen als ich. Was aber jetzt dementsprechend nicht in Ordnung ist, ist die Bewertung, also das Scoring zu erstellen durch eine KI. Weil es darf nicht sein, dass eine Software über einen Menschen entscheidet und wieder einkategorisiert wird. Die Frage, die ich mir jetzt direkt an dieser Stelle stelle, welche Folgen hat das? Das hat doch die Folge seitens der Schufa, so kann ich es mir vorstellen, dass die jetzt hingehen werden und werden sagen, Okay, das darf jetzt nicht mehr eine KI machen, dann macht das jetzt ein Mensch. Und damit ist das doch erledigt, das Thema. Oder sehe ich das falsch? Darauf wird es doch im Endeffekt hinauslaufen, dass man diese Auswertung der Daten vielleicht einfach gar nicht mehr durch die KI machen lässt, sondern dass der Mitarbeiter da sitzt, sieht diese verschiedenen Daten, hat dann seine verschiedenen Kategorien und die Bewertungen und so weiter und sagt dann, okay, Prozent der Olli, das steht ganz schlecht da, 75 Prozent, 50 Prozent, was weiß ich, was da für ein Wert dann rauskommt. Das kann ich mir als erstes vorstellen. Als weiteres kann ich mir natürlich vorstellen, wenn zahlreiche Leute jetzt hingehen und werden sagen, Ja, Moment mal, ich kann ja jetzt die Schufa auch auffordern, meine Daten zu löschen, mir auch erstmal mitzuteilen, welche Daten die gespeichert haben, an wen haben die denn meine Daten weitergegeben, wer hat die denn angefragt, welches Scoring, oder es soll kein Scoring mehr über mich erstellt werden, das möchte ich nicht mehr. Aber was ist die Folge denn daraus? Dann möchte ich beispielsweise einen Kredit für ein Auto, als Beispiel mal, und dann fragt jetzt der Hersteller XY oder BMW zum Beispiel dort an bei der Schufa und sagt, Ja, nee, über den Olli, da dürfen wir leider keine Daten rausgeben, das hat er uns untersagt. Das geht nicht, da können wir nichts mitteilen. Dann kriege ich keinen Kredit mehr. Dann sage ich bei BMW, ja, ist aber alles in Ordnung. Da werden die mich auslachen und sagen, nö, wenn du kein Scoring vorweisen kannst, wenn du keinen richtigen Schufa-Wert hast, können wir dich nicht einkategorisieren und wissen nicht, ob du wirklich zahlungsfähig sein wirst, wie du das über die letzten Jahre gehandhabt hast und wie du aktuell bewertet wirst. Also, das hat schon eine Folge. Und man muss es natürlich jetzt auch mal fairerweise, meiner Meinung nach, aus der Sicht des Kreditgebers sehen. Denn wenn ich jetzt hingehe und sage, kommt der Heinz Wurst XY zu mir, ich habe eine super Idee, ich kann hier ein gutes Unternehmen aufbauen oder ich brauche privaten Kredit und muss dies und jenes, möchte ein Auto haben, damit ich einen neuen Job machen kann, muss dafür weiterfahren, sollen Diesel beispielsweise sein, so what, gibt ja eine Millionen Beispiele für. Dann sage ich, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du mir das zurückbezahlst? Ich brauche ja irgendwie eine Art Sicherheit oder eine, ja, ich muss es ja irgendwie bewerten und kategorisieren und vielleicht halt eben sagen, okay, du zahlst jetzt nicht 3% Zinsen, sondern ich habe ein höheres Ausfallrisiko bei dir. Sage ich halt, du bezahlst 4% Zinsen, sodass wenn dieser Kredit ausfällt, der durch andere, die ich ja ebenfalls dann einen Kredit gewährleistet habe, das Ganze ausmerzen, kann man so sagen, ja, ich denke schon. Also es ist halt schon ein längerer Rattenschwanz, der da einfach dranhängt und ich weiß gar nicht so, ob dieses Urteil wirklich zu 100% so perfekt ist, aus den eben genannten Gründen, wie ich finde. Aber schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten rein, was ihr dazu denkt. Interessant wiederum ist aber auch, dass die Schufa das begrüßt, das Urteil sogar. Denn es heißt hier, es sorge für Klarheit, wie die Scores in den Entscheidungsprozessen von Unternehmen im Sinne der DSGVO verwendet werden dürfen und Zitat, Das weit überwiegende Feedback unserer Kunden, also beispielsweise jetzt BMW oder irgendeine andere Bank oder sonst wer, Telekom, Telekommunikationsunternehmen generell und so weiter, sind halt die Kunden der Schufa, lautet, dass Zahlungsprognosen in Form des Schufa-Scores für sie zwar wichtig, aber in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss sind. Also das bedeutet ja im Endeffekt, dass das nur einer von vielen Gründen wäre, jetzt einem Kreditanfrager einen Kredit auch zu gewährleisten. Soll bedeuten, wenn ich jetzt zu BMW oder einem anderen Hersteller gehe und sage, jo, hab jetzt hier Schufa-Score XY, es sieht soweit nett aus, dass die sich noch anders informieren. Vielleicht machen die noch eine Anfrage speziell meiner Bank, vielleicht machen die sich generell auch mal ein Bild von mir live vor Ort, bei einem Auto kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das so ablaufen würde oder ähnliches. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird, wie die DSGVO jetzt hier vorgehen wird, ob man das jetzt auf eine menschliche Analyse oder Auswertung, wie auch immer man es nennen mag, ändern wird. Mal gucken, ob wir das überhaupt mitbekommen und wie die Kreditsituation dann für viele Menschen jetzt aussehen wird. Also ich bin ein bisschen geteilter Meinung. Dementsprechend schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.